Hallo, Tayo! Klick nur sich hier, um sich anzumelden. Quiz-Show! Los geht's! Wow, es fängt an! Und jetzt ist es an der Zeit für den heutigen Gewinner. Welches Auto wird diesmal ein Filmset in Hollywood besuchen? Bitte sehr. Oh, danke vielmals. Bitte, bitte, lass mich gewinnen. Das wäre so schön. Oh, Tayo, es haben so viele Autos mitgemacht. Ja, das wüsste niemals gewinnen. Lass uns doch einfach lieber einen Zeichentrickfilm gucken. Mal sehen. Der Gewinner ist der kleine Bus Tayo. Was? Wow, ich hab gewonnen. Sie haben mich ausgewählt. Was? Du gehst wirklich nach Amerika? Siehst du, ich hab gewonnen. Oh, Tayo, du nimmst uns doch mit. Und? Ich bin mir nicht sicher. Tayo, nimm uns mit. Wenn du uns mitnimmst, dann machen wir alles, was du willst. So, Al... Die kleinen Busse besuchen Amerika. Teil 1. Es ist ein schöner Morgen. Tayo und die kleinen Busse sind in Amerika angekommen. Wir sind endlich da. Leute, ich kann es nicht glauben. Wow. Es ist so schön. Ist es. Hallo. Hi, du bist sicher, Tayo, und das sind deine Freunde. Ich bin Hanas Tante. Wow. Hallo. Willkommen in Amerika. Ich bin das erste Mal hier. Ich bin so neugierig. Ja, ich auch. So. Diesen Nachmittag besucht ihr ein Filmset, nicht wahr? Ja, das stimmt. Wie wäre es vorab mit einer Rundfahrt durch die Innenstadt? Wow. Geht das? Ihr könnt euch umschauen und dann geht's ab zum Filmset. Wow. Hört sich toll an. Es gibt so viele Orte, zu denen ich möchte. Habt Spaß. Ich sehe euch dann heute Abend. Okay. Los, auf geht's. Oh, Rogi, warte auf uns. Lieben Dank, wir sehen uns später. Okay, viel Spaß. Wow. Wow, seht euch das an. Diese Bäume sehen so interessant aus. Wow. Hallo, kleine Busse. Hi, schönen Tag noch. Alle Autos hier sind so freundlich. Ja, nicht wahr? Wir müssen uns entscheiden, wo wir als nächstes hinwollen. Was wäre denn gut? Wie wäre es denn mit dem Strand? Das Meer hier soll schön sein und da gibt es ein Riesenrad und sogar noch mehr Karussells. Wirklich? Das wird ein Spaß. Dann lasst uns da hin. Leute, habt ihr etwa schon vergessen, warum ihr hier seid? Quiz Show. Los geht's. Wow, es fängt an. Und jetzt ist es an der Zeit für den heutigen Gewinner. Welches Auto wird diesmal ein Filmset in Hollywood besuchen? Bitte sehr. Oh, danke vielmals. Bitte, bitte, lass mich gewinnen. Das wäre so schön. Oh, Tayo. Es haben so viele Autos mitgemacht. Ja, das wirst du niemals gewinnen. Lass uns doch einfach lieber einen Zeichentrickfilm gucken. Mal sehen. Der Gewinner ist... Der kleine Bus Tayo. Was? Wow, ich hab gewonnen. Sie haben mich ausgewählt. Weißt du, du gehst wirklich nach Amerika? Siehst du, ich hab gewonnen. Tayo, du nimmst uns doch mit. Ich bin mir nicht sicher. Tayo, nimm uns mit. Wenn du uns mitnimmst, dann machen wir alles, was du willst. So, alles, was ich will. Da ihr meinetwegen in Amerika seid, fahren wir erst dahin, wohin ich will. Was? Das ist nicht fair. Nein, dann werde ich eben allein zum Filmset fahren. Wo hab ich denn noch mal die Einladung? Ah, hier ist sie. Ich kann die Rundfahrt auf einem Filmset kaum erwarten. Okay, dann lasst uns eben dahin, wo Tayo hin möchte. In Ordnung. Wir können später zum Strand fahren. Dann mal los. Die kleinen Busse sind am Hollywood-Zeichen angekommen, das Tayo als erstes sehen wollte. Wow, das ist der Wahnsinn. Gut, dass wir hierher gekommen sind. Oder? Na klar. Oh, Leute, guckt mal da drüben. Okay, wo ist das Vögelchen? Lasst uns auch ein Foto machen. Wir müssen diesen gemeinsamen Moment für uns festhalten. Oh, also gut. Okay. Super. Bitte lächeln. Wie wär's, wenn wir diesmal zwinkern? So etwa? Ja. Juhu. Tayo, der glückliche Bus. Lasst uns jetzt das Meer sehen. Ja. Jetzt schon, aber wir haben uns noch gar nicht umgesehen. Was? Wir haben doch so viele Fotos gemacht. Wir müssen doch da hochfahren. Was? Wir werden ewig brauchen, um da hochzukommen. Ja, wir wollen auch noch unbedingt zum Strand. Das wollen wir nicht verpassen. Hm, wirklich? Ich glaube, wir haben keine Wahl. Dann los, ab zum Strand. Cool. Aber ich werde dann allein zum Filmset fahren. Was? Oh, Tayo. Das ist unfair. Du machst die ganze Zeit immer nur, was du willst. Vergiss es. Dann fangen wir eben alleine zum Strand. So sieht's aus. Besuch doch dein Filmset. Was? Ich war da wirklich allein hin? Mach, was du willst. Das werde ich dir ganz schön bereuen. Tayo, der kleine Bus. Tayo und seine Freunde trennen sich und Tayo fährt allein zum Filmset. Puh, das wird ganz wunderbar, sich das alles allein anzugucken. Wow. Das muss der Eingang zum Filmset sein. Hey, du. Blauer Bus. Was machst du hier? Guten Tag. Hallo. Ich bin Tayo, der glückliche Bus. Ich habe einen Rundgang auf dem Filmset gewonnen. Einen Rundgang? Hm. Ich sehe nichts. Sehen Sie genau hin. Hier. Oh. Oh. Was? Wo ist meine Einladung? Dieser Ort ist nicht zugänglich für die Öffentlichkeit. Bitte entfernen Sie sich. Ich muss Sie auf dem Weg verloren haben. Was soll ich jetzt machen? Hey, blauer Bus. Warum bist du so spät? Meinen Sie mich? Ja. Dir wurde doch gesagt, du sollst pünktlich sein. Na komm schon. Oh. Du bist hier, um zu drehen. Dann fahr mal rein. Okay. Hallo. Ich bin der blaue Bus für den heutigen Dreh. Der blaue Bus für den Dreh heute? Aber der ist doch gerade reingefahren. Was? Das kann nicht sein. Komm. Ich hab gesagt, er ist schon drin. Lass mich rein. Ich bin eh schon zu spät. Nein. Da drin werden die Filme gemacht? Ja. Drin sind verschiedene Filmsets eingerichtet. Sind das viele? Kann der Produzent bitte ans Bett kommen? Ich hole ihn. Warte genau hier, okay? Mach ich. Ich würde mich so gern umsehen. Oh. Ein geöffnetes Tor. Hm. Vielleicht gucke ich mich ganz kurz um. Das ist der Hammer. Es wäre viel schöner, wenn die anderen mitgekommen wären. Du machst die ganze Zeit immer nur, was du willst. Vergiss es. Dann fangen wir eben alleine zum Strand. So sieht's aus. Besuch doch dein Filmset. Hm. In Ordnung. Dann gucke ich mich eben alleine um. Hey. Hallo, schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Tayo. Und sie? Shh. Kannst du bitte schnell deine Tür öffnen? Äh, äh, okay. Meine. Ah. Wohin willst du? Mach schnell, fahr. Okay. Mach ich. Bleib stehen. Ich sagte stehen bleiben. Fahr bitte schneller. Okay. Was passiert hier? Das ist das Set fürs Spielzeugland. Darüber. Beeil dich. Äh, okay. Verliert sie nicht. Ja, Sir. Oh, nein. Stopp, fahr dich. Achtung. Halt dich gut fest. Ah. Wo soll ich denn jetzt hin? Lass uns erst mal zwischen den Gebäuden verstecken. Puh. Hier werden sie uns nicht finden. Bist du denn in Ordnung? Ja. Danke, dass du mir einfach so hilfst. Ah. Shh. Sie kommen. Miley. Wo ist sie denn hin? Sie kann nicht weit gekommen sein. Oh. Da drüben. Hab noch mal Glück gehabt. Stopp. Miley. Oh. Miley. Ich weiß, dass du da drin bist. Wer seid ihr? Komm raus, Miley. Hier ist aber keiner drin. Ich bin nicht der richtige Bus. Blauer Bus. Oh. Wo warst du denn? Ich habe dich gesucht. Beeil dich. Ich bin nicht der blaue Bus. Nein. Miley. Oh nein. Nein!